Sauber. Habt ihr das gesehen, Alter? Das war doch mal richtig Glück. Alter, was bin ich denn heute für ein guter Junge? Den haben wir dann mal runtergeschossen, würde ich sagen. Alter, was geht denn hier, Alter, was geht denn hier? Aber, was denn nicht? Den hab ich erledigt. Was krieg ich denn nicht gemessert? Ja, sauber, gemessert, hahahaha. Wie geil ist das denn? Hier hab ich auch einer, den ich jetzt niedergeschossen hab, endlich mal. Ich find das immer cool, dass jetzt die, dass die Piepanlage losgeht, hallo? Der, jawoll, Headshot. Den hab ich erwischt. Den hab ich erwischt. Aber sowas von. Aber sowas von hab ich den erwischt. Das war ja ein richtig geiler Abschluss, Alter. Der wusste gar nicht, woher er jetzt kommt. Der kam um die Ecke, hat gesehen. Äh, scheiße, da hinten durchzusetzen, dann war er weg. Und den hab ich auch erwischt. Und sowas von, Alter, das ist doch in mir. Und jetzt hab ich keine Munition mehr, aber ich hab ihn trotzdem erwischt. Wie geil, yeah. Ja, 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 ja. Alter. Die mit dem ich da sein kann. Natürlich, natürlich. Aber... Jawoll. War, wie immer, eine geile Runde. Ich hab noch einen mitgenommen. Jawoll. Jawoll. Alter, da hatte ich die Aktion immer hier, Alter. Und da noch einen. Zack, zack, zack. Ich wollt ihn eigentlich messern, aber... Hallo. Und einen erwischt. Oh, da hab ich doch jemanden im Visier. Da hab ich doch jemanden im Visier. Da hab ich doch jemanden im Visier. Hahaha. Das geht auf jeden Fall. Hey. Rockerfahrer ist verloren. Da rief ich nicht. Den hab ich erwischt. Da ist noch einer. Jetzt seh ich da hin. Und den hab ich auch erwischt. Eik, glaub, das ist ein guter Zettel. Haha, geil. Meine Claymore hat gezündet. Wie geil das ist das denn? Noch einen. Mit der Claymore. Alter, schön an dem geschossen. Und noch einer. Und den hab ich auch erwischt. Da kommt noch einer. Und den haben wir auch erwischt. Einer. Wie geil ist das denn, Alter? Hier geht's gerade ab. Ich sterbe jetzt wahrscheinlich. Nicht? Ja, sicher. Haha. Wegeknipst. Zack. Eins. Einen hab ich erwischt. Na komm schon. Oh, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Den haben wir erwischt. Sowas von nach. Oh komm, fall um. Laufen. Um dann halt die Typen da unten weg zu knacken. Diese Runde gewinnen wir sogar. Und ich hab noch. Oh, ich hab jemanden ausgelöscht mit der Granate. Ja. Ach, das passiert. Du schon wieder. Stefan? Ähm, was ist das denn jetzt? Kack, äh, dieser Switch. Von dritt und draussen. Und ja. Komm. Oh, da ist einer. Oh, den hab ich erwischt. Ey. Bin direkt in der Erstellung der Feinde. Haha. Aber ich hab noch... Ich hab... Haha. Ist der ein Wechsel? Bedeutet das denn? Alter, ich hab nen Kopftrepper gemacht. Irgendwas. Hahaha. Okay, das wird doch schon laufen. Nur, jetzt gehen wir hier runter. Dann gehen wir hier runter.